Wusstet ihr, dass es in Amerika von 1997 bis 2001 ein Fernsehsender existierte, der Puppy Channel hieß? Nicht? Nein? Auf jeden Fall liefen dort durchgehend Videos von Hundebabys. Und wenn ihr Puppy Channel bei Google eingebt, dann könnt ihr euch sogar diese Hundevideos anschauen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.